Es gibt ein neues Parabelritter-Video. Das können wir uns angucken. Das Thema ist jetzt auch die Tage schon mal bei Bömi angeschnitten worden, aber es gibt jetzt nochmal ein eigenes Parabelritter-Video dazu. Das heißt, hat er eine Sekte gegründet und ich glaube, es geht um More Nutrition in dem Fall. Gucken wir mal rein. Stimmt, deshalb ist ja auch der NSU 2.0 komplett aufgedeckt worden, oder? Ein Skandal aufgedeckt hat, kann das Karrieren zerstören. Erinnert euch doch nur an den Finn Kliemann-Skandal und welche Wellen der geschlagen hat. Nun hat er More Nutrition und Gründer Christian Wolf im Visier. Viel spannender als das fand ich aber die Menschen in dieser More-Community, die den Erfolg mitbegründet haben. More bedeutet für mich persönlich, vor allem Menschenleben zu verändern. Hat sich Wolf da etwa eine Sekte aufgebaut? Das wollte ich in diesem Video aufdecken. Ich weiß, dass More Nutrition, die gehen auch komplett mit der Gießkanne drüber. Also wenn die Influencer suchen, dann fragen die auch einfach komplett jeden, ob der da nicht Bock drauf hat. Haben die eine Sekte aufgebaut? Das kann ich nicht sagen. Wird zu sehen sein, wird zu gucken sein. Aber an sich, Böhme, da wünscht man sich immer ein bisschen mehr, dass der so ein bisschen Karrieren vernichtet. Aber ich glaube, so ein Finn Kliemann, der ist wieder da, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und ansonsten ist jemand wirklich, ist jemand wirklich nachhaltig von Böhmermann aus der Öffentlichkeit verdrängt worden, um jetzt mal nicht das Wort Canceln zu verwenden. Ich erinnere mich nicht, ne, dass da jemand wirklich gar nicht mehr, ich meine, da werden schlimme Dinge gezeigt. Aber irgendwie bleibt es ja trotzdem alles so konsequenzlos. Erdogan, ja stimmt, Erdogan ist nicht mehr türkischer Präsident. Das stimmt natürlich. Der wurde einfach komplett aus dem Amt gekickt. Es kam ein bisschen... Wäre er in wen auch nicht. Dieses Schwiegertochter, Schwiegersohn gesucht. Die haben eine Saisonpause gemacht. Und das läuft doch jetzt wieder. Das ist alles nicht weg. Die haben einfach dann die aktuelle Staffel abgesetzt. Und ich glaube, also ich gucke jetzt kein Kabelfernsehen-Zeugs. Aber ich glaube, das läuft einfach wieder. Ein bisschen anders. Wir kennen der Kritik. Vor allen Dingen wegen Christian Wolf, einem der Mitbegründer der Firma. Aber auch die Werbung und die Werbeversprechen werden kritisiert. Einem grenzwertigen, teilweise sogar illegalen Marketing basierend auf Angst, Themen wie Essstörungen und teilweise inkorrekten Aussagen, welches gefährlich für die Verbraucher enden kann. Hier haben wir tatsächlich eine Werbung vorliegen und die ist aufgrund der erfolgten Gesundheitsaussagen unzulässig. Aber was ist, wenn die größte Gefahr nicht von Werbung oder Inhaltsstoffen ausgeht, sondern von etwas ganz anderem? More Nutrition ist eine Marke der Quality Group. Die stellt Nahrungsergänzungsmittel her und More Nutrition ist seit sechs Jahren am Markt. Die Nachfrage nach den Supplements ist groß. Allein 2022 erhielten Firmen in diesem Feld einen Umsatz von etwa 2,96 Milliarden. Und zwar nur durch den Verkauf in Apotheken. Nahrungsergänzungsmittel 2,96 Milliarden? Oder? Da muss ich aber, glaube ich, nochmal ganz kurz die Branche wechseln. Ich nehme jetzt einfach ein halbes Jahr lang Steroide, pumpe mich auf wie so ein Stier und sage, das habe ich alles durch Haarkons Power Munch aufgebaut. Ich habe so viel trainiert, dass mir sogar die Haare ausgefallen sind und nicht impotent geworden bin. Kauf das jetzt! Ergänzungsmittel sind also schon lange kein Nischenprodukt mehr. Und wenn Leute wie Carmen Geiss, Stefano Zarella oder auch Rezo Werbung für More Nutrition machen, dann müssen die doch irgendwie seriös sein, oder? Also von Carmen Geiss erwarte ich echt gar nichts, ne? Also auch von diesem Zarella. Ich glaube, der Einzige, der wirklich einen Imageschaden bekommen hat, ist Rezo. Weil Rezo ist ja eine geile Socke. Und ich glaube, das ist jetzt der Einzige, wo man sich so denkt, ach Mensch ey. Bei allen anderen denkst du dir, ja gut, ne? Dann gibt es halt nächste Woche wieder Werbung für Emma-Matratzen. In den letzten Monaten jetzt haben sich die Ereignisse überschlagen. Ein Skandal folgte dem vorherigen und eine Headline jagte die nächste. Und auch in den sozialen Netzwerken wurde das Thema gründlich beackert. Allerdings ist es mittlerweile irgendwie doch wieder recht still geworden. Die Beiträge einiger Influencer sind verschwunden. Sie seien abgemahnt worden. Christian Wolff, der Gründer von More Nutrition, hat Abmahnungen verschickt. Auch an uns. Es geht um drei Passagen aus diesem Text, die wir löschen sollen. Und das möchten wir nicht, weil wir gut begründen können, warum wir das so formuliert haben. Trotzdem ist die Sache jetzt vor Gericht. Was denn da passiert? Die öffentliche Diskussion, die hat eigentlich zwei Seiten. Und eine davon waren eben die Vorwürfe gegen Christian. Der macht immer mal wieder von sich reden, aber es war nun wirklich kein feiner Zug von ihm, die Freundin Antonia zu verlassen, die gerade durch künstliche Befruchtung schwanger wurde. Und als ich dann Julian Svithlow vom More-Konkurrenten Rocker Nutrition einmischte und behauptete, Christian sei Antonia fremdgegangen, kam es zum digitalen Gefecht zwischen den beiden. Was ist denn das für ein Game of Thrones-Shit? Das geht ja komplett an mir vorbei. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich bin ja jetzt ja auch dankbar. Ich stelle dir mal vor, ich wüsste das jetzt alles und sage, ah ja, da habe ich auch eine ganz eigene Meinung zu, was da passiert ist. Pass mal auf. Das ist schon eine komplette Bunte. Aber ich glaube, Alpha Kevin rendert schon ein Video drüber. Titel ist dann auch Blitzscheidung. Auch nicht gerade gut für das Firmenimage war, wenn das eben ziemlich stark mit der eigenen Person in Verbindung steht. Und zuletzt gerieten dann auch noch die More Days, so eine Art Messeveranstaltung von More Nutrition, aufgrund der teils chaotischen Umsetzung vor Ort, sowie die Produkte und die Verkaufsstrategie der Firma selbst ins Visier von kritischen Stimmen. Christian Woll verließ schließlich im September die Firma. Und bekannt wurde das durch einen Instagram-Post der Firma, in dem die Nachricht von Stefan Smaller, dem Geschäftsführer von The Quality Group, unterzeichnet wurde. In den Kommentaren mutmaßen einige, dass Wolf nicht ganz freiwillig gegangen ist, sondern er gegangen wurde. Zudem löschte er dann alle Beiträge auf seinem Insta-Profil. Er verkündete sogar das vorzeitige Ende seiner Social-Media-Karriere. Das hat jetzt immerhin zwei stolze Monate angehalten. Ich habe auch mal in so einer Higher-on-Fire-Firma gearbeitet. Nennen wir es doch einfach mal so. Da hattest du quasi, jede Woche wurde dir ein neuer Vorgesetzter vorgestellt, weil sie den alten innerhalb von einer Woche komplett zerschliffen haben, bis er sich quasi beinahe aus dem Fenster stürzen wollte. Und da gab es auch mal eine Mail von jemandem, das war so der Standortleiter. Der war dann aber auch auf einmal nicht mehr da. Und dann gab es irgendwann mal so eine Rund-Mail, weil zu viele gefragt haben. Und da hieß es dann, ja, man hat sich da nochmal getroffen und man ist beidseitig zu der Einigung gekommen, dass eine Zukunft getrennt voneinander die bessere Idee wäre. Und da dachte ich mir, das ist aber dann sehr diplomatisch dafür, dass ihr ihn gefeuert habt. Das ist ja die diplomatischste und stilloseste Art zu sagen, jo, den haben wir jetzt auch rausgekegelt. Es seien viele haltlose, falsche und unwahre Sachen behauptet worden, so der Unternehmer. Nur welche Sachen er genau damit meint, das erfahren wir leider nicht. Er bleibt vage und geht nicht genau darauf ein. Nun, nach dem Beitrag des ZDF-Magazin Royale taucht Wolf plötzlich wieder auf. Wobei, war er jemals wirklich weg? Wer seine Storys sieht, stellt sich die Frage zwangsläufig. Ganz grob mal die allgemeinen Themen um Christian Wolf und Modern Nutrition zusammengefasst. Gut und schön. Ich bin kein Ernährungswissenschaftler und für Gossip interessiere ich mich auch nicht genug, als dass ich mir jetzt mehrere Nächte zu diesem Thema um die Ohren schlagen wollte. Aber es gibt etwas, was mich wirklich interessiert. Nämlich, was steckt dahinter? Was ist die Grundlage des Erfolgs, dieses Konzeptes? Und was ist eigentlich Christian Wolfs Rolle in all dem? Von welcher Rolle konnte er denn zurücktreten? Wo ist er jetzt? Was macht er in Zukunft? Wir müssen jetzt erstmal verstehen, was Modern Nutrition eigentlich ist. Wer Christian Wolf ist, was seine Funktion in dieser Firma ist, was Rezo damit zu tun hat und und und. Okay, das klingt aber nach einem spannenden Thema, so an sich. Weil das wurde doch auch so bei Neo und bei, was war da noch, STRGF, glaube ich, nicht aufgearbeitet. Da bin ich jetzt mal, da bin ich ja schon jetzt gespannt wie so ein Flitzebogen. Ehe wir uns in diesem ganzen Kontext eine Meinung bilden können. So eine Satiresendung hat dann einen anderen Anspruch. Mein Anspruch ist immer, zumindest der Versuch, dass ihr am Ende die Zusammenhänge ein bisschen besser versteht. Vielleicht habt ihr da dann auch ein ganz anderes Fazit als ich dazu. Aber erstmal Fakten auf den Tisch. Und deshalb frage ich euch, was macht Christian Wolf eigentlich? Wer ist dieser Mann? Wisst ihr das? Dachte ich mir. Um das herauszufinden, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Christian Wolf war früher in Fitness-Facebook-Gruppen aktiv und begann Fitness-Influencer zu werden. Während er nicht so richtig... Junge, kurz mal den Bingo-Zettel abhaken. Da haben wir jetzt ja komplett Facebook-Gruppen, Fitness-Influencer. Das ist eigentlich alles, was man so braucht für so eine kriminelle Karriere. Ich wusste, was er eigentlich studieren sollte. So ein bisschen ziellos war. Und da kam er dann irgendwann auf die Idee, eine Supplement-Marke primär für Frauen, um mit Abnehmfokus zu designen. Einer der bekanntesten Fitness-Influencer damals war Mick Weigel. Und der hatte Kontakt zu einem Hersteller und bereits selbst eine Marke veröffentlicht. Zusammen gründeten sie dann More Nutrition und verkauften angeblich bereits damals über ihre Social-Media-Reichweite relativ schnell sehr gut. Benjamin Burkhardt, auch Fitness-Influencer, der kam dann noch hinzu. Und dann kam ESN zu ihnen. Der Tenor war, hey, ihr seid gut auf Social Media, wir haben eine Produktion und Vertrieb. Koop, sie mergen und bilden die Quality-Group. Dann merchten sie nochmal mit der Nutra-Koop GmbH und Co. KG von Kadel Jazar. Fitmart gehört auch zu diesem Konglomerat. Also das Firmenkonstrukt, das ist noch viel größer. Okay, mein Lieblings-Fitness-Influencer damals war tatsächlich Karl S., als ich damals so 2014 oder so mal so ein bisschen Training gemacht habe, habe ich mir auf YouTube die ganzen Dinger reingezogen und da war Karl S. noch Fitnesstrainer. Ja, Leute, was geht ab? Karl hier, euer Veganer-Fitness-Coach. Okay. Und da habe ich mir da echte Videos mit Karl S. reingeschaut, wie er da irgendwelche Handeln stemmt und irgendwelches Zeug frisst. Hier, das ist mein Tipp, Leute. Bio-Gemüse. Ja, ein paar Jahre später hat er leider alle Videos gelöscht und ist jetzt erfolgreicher Business-Insider. Nur, dass ihr mal einen ungefähren Einblick bekommen habt, wie komplex das jetzt alles ist. Mittlerweile hat die Quality-Group mindestens einen jährlichen Umsatz von 300 Millionen allein in Deutschland oder vor allen Dingen in Deutschland. Und es ist auch brillant. Produktion, Markenvertrieb und Werbung. Alles In-House. Ja, und dann kam die größte Private-Equity-Firma in Europa um die Ecke, CVC. Das Potenzial, das scheint groß. Man holt Fachpersonal, beispielsweise den ehemaligen CVC. Kennst du doch das Video, wo er sich einen Einlauf verpasst. Ja, also ich habe es, glaube ich, nicht in Gänze gesehen, aber das war so der Übergang von Fitness-Karl zu Finanz-Karl, dass er sich selbst irgendwie einen Einlauf verpasst und dann irgendwie diese Nierensteine aussiebt, die er angeblich in sich trägt. CEO von West Wing ins Boot, damit der da mal richtig Struktur reinbringt. Haben wir es hier schon mit einem Milliarden-Konzern zu tun? Möglicherweise, Leute. Christian hat beim Einstieg von CVC wohl keine Anteile verkauft und hat im OMR-Podcast indirekt bestätigt, dass es die höchste Anzahl an Anteilen am Unternehmen, aber nicht die Mehrheit hält. Höchstwahrscheinlich also irgendwas zwischen 25 und 49 Prozent. Also ohne Witz, was für eine unglaubliche Leistung. Dieser Christian Wolf, der muss einfach unmenschlich krass sein. So einen Überblick und ein Wissen haben, das man sich gar nicht vorstellen kann, um das zu erreichen. Auf dem Papier, also unter 30 bereits hundertfacher Millionär. Kein Wunder, dass solche Influencer-Loser wie Rezo und ich erblassen, wenn sie sich so ein Imperium einfach nur vorstellen. Am besten war sein Placement für Reinigungskräfte. Für Reinigungskräfte? Also der hat auf YouTube früher, der hat ja richtig Klicks auf YouTube gemacht. Der war richtig erfolgreich mit seinem Fitnesskanal. Das darf man gar nicht verkennen. Der hatte immer Werbung für so eine Penispumpe unter seinen Videos. Und da haben die Leute ihn immer gefragt, ob er die auch selber verwendet. Und da hat er gesagt, ja Leute, also ich weiß jetzt nicht, wem ich hier noch was erklären muss. Okay, eine Penispumpe, okay, ist ein gutes Produkt. Als Ossi, da kribbelt mir auch immer ein bisschen die Nase bei sowas. Das klingt dann doch alles zu gut, um einfach so passiert zu sein. Und was soll ich sagen? Das ist es auch nicht. Sein Vater war von Anfang an involviert und anscheinend brachte er auch das Geld zum Tisch. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich mit meinem Vater bei dir aufgekreuzt bin? Was dachtest du? Ich werde es nicht vergessen. Also der Papa mit dem Pilotenkoffer? Großartig. Ich glaube, der Professionalist von uns drei war dein Papa. Und davon schien es Unmengen zu geben. Sein Vater war wohl sehr erfolgreich bei seiner Laufbahn bei McKinsey. Okay, okay, classy. Es ist nicht der Grind, es ist Dad Money. Das ist ja immer der Vorwurf von neidischen Würmern wie mir. Hier ist es tatsächlich wirklich so. Nicht nur... Würde ich euch aber auch empfehlen, wenn ihr vorhabt, eine Firma zu gründen, fragt einfach mal eure Eltern, ob die euch vielleicht ein bis zwei Millionchen mal vorerben können oder so, damit ihr da direkt durchstarten könnt und diese ganze Grind-Phase einfach überspringt. Lasst euch das Erbe einfach vorher, ne? Lasst euch das zu Lebzeiten schon auszahlen. Vielleicht haben eure Eltern auch eine Diamantenmine oder so in Südafrika, die ihr anpumpen könnt. Und dann geht es eigentlich auch relativ schnell. Nur hat der Vater wohl die Hauptarbeit gemacht. Christian hat nicht einmal Zugriff auf die Online-Konten seiner eigenen Firma. So unwichtig ist er für das Geschäft. Seine Eltern hatten am Anfang die Anteile, weil er bei Gründung gar nicht in Deutschland war. Er ist nur für Produkt und Social Media zuständig. Wow. Also ist er eigentlich ein Betrüger? Holt die Mistgabeln. Naja, naja, Moment, Moment, Moment. Er hat überhaupt kein Problem damit, das selbst sozusagen öffentlich. Ich mache eigentlich nur Produkte und Social Media, weil die Bereiche machen mir Spaß und ich bin vollkommen unbrauchbar in allem anderen. Und die Transparenz bei diesem Fakt überrascht mich, ehrlich gesagt. Aber ich finde, das ist ein großes Puzzlestück, das uns fehlte zum Gesamtverständnis. Aber schön, Leute, schön. Wir können uns zurücklehnen. So eine... Frag mal meine alleinerziehende Mutter, die Teilzeit gearbeitet hat. Mastor, wenn das nicht geht, das ist ja nachvollziehbar, dann frag doch einfach einen deiner Mitstudienkollegen von der reichen Elite-Universität, auf der du mal gewesen bist. Die, ähm, Harvard oder so hieß die, glaube ich. Da frag doch da, das ist doch auch so eine Art Business-Netzwerk. Einfach da mal nachfragen, wenn ihr schon kein Geld in der Familie habt. Dann habt ihr ja wohl hoffentlich mindestens reiche Freunde. Eine weitere neoliberale Geschichte, Allah, du kannst alles schaffen, wenn du nur daran glaubst, wurde gerade debankt. Okay. Ein großer Pfeiler des Erfolgs ist also der Vater, dessen Name nirgends auftaucht. Auch der Name seines Sohnes steht nirgends in einer offiziellen Funktion festgeschrieben, weswegen er auch nicht von irgendeinem Posten zurücktreten kann, wie das letztendlich behauptet wurde. Gut, ich meine, sollten die Anteile nach wie vor formal seinen Eltern gehören, hat er wirklich nichts zu melden. Aber das weiß ich nicht. Also das ist Spekulation. Der andere Pfeiler des Erfolgs ist das Timing. Das war wirklich gut. Und dann noch das Marketing. Die Arbeit mit Social Media. Das ist nun wirklich sein Gebiet. Und hier wird es jetzt so richtig spannend. Wir sind, oh, das ist ja wie beim Metal. Wir sind alle eine große Familie. Wir passen aufeinander auf, außer beim Crowdsurfen. Oder wenn jemand Bursum-Patches verkauft. Okay, gut. Jetzt verstehe ich auch, warum das als Sekte klassifiziert wird. Ich verstehe, worin es geht. Ich glaube, bei keiner meiner Werbepartnerschaften, die ich habe, bin ich mit anderen Influencern irgendwie involviert. Also außer Kumpels von mir haben zufällig die gleiche, ne? Oder so, das habe ich gesehen, Nadine zum Beispiel, Miss Love, die hat ja Green Force, ne? Mit der rede ich ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Es gibt auch einen Green Force Discord, aber auf dem schreibt auch keiner. Das ist sehr angenehm. Das Marketing von More Nutrition ist eine Erfolgsgeschichte. Das kann man nicht anders sagen. Aus der eigenen Erfahrung konnte man auch schließlich gut lernen. Die Community, aus der man kam, hatte einen eindeutigen Need. Sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel. Der Gründer von ESN, die beiden Gründer von More und dann noch Benjamin Burkhardt. Alles Influencer in ihrer Szene. Nun ist aber das Wichtige, ganz besonders bei More, man ist aus der Bubble in den normalen Customer-Markt übergetreten. Und dazu brauchte man eben auch Casual Influencer. Und die meisten Firmen machen das so, die bezahlen Agenturen, dass sie Influencer briefen, überweisen dann Geld und es kommt zur Werbung. Bei More ist das angeblich anders. Wir haben generell kaum irgendwie distanzierte Kooperationen. Also eigentlich gar keine, wenn ich so nachdenke. Dann hat sich das aus so einer Gruppe aus Freunden eben entwickelt. Ach so, Freunde also. So, aber Moment, sind das jetzt Freunde, die das aus Spaß an der Freude machen? Sind das Freunde, die dafür bezahlt werden? Oder sind das vielleicht sogar so gute Freunde, wie die anderen Influencer, mit denen du gegründet hast, dass sie sogar Firmenanteile bekommen im Gegenteil? Ja, das ist doch Blödsinn. Also ich habe, ich habe, ich sage jetzt nicht, welche Agentur das ist, aber ich bin ja auf, auf mehr als einem Agentur-Discord. Und da kommen natürlich auch immer die Angebote rein. Und da war auch Dings mit dabei, More Nutrition. Das war, war letztes Jahr um die Zeit. Und da haben 100 Leute oder sowas geplusst, dass die da potenziell Bock drauf haben. Also so, entweder ist man sehr lax mit dem Begriff Freundschaften oder es stimmt einfach nicht. Gegenzug für eine sehr intensive und treue Zusammenarbeit. Dann kamen andere Leute zu uns und sind zu freuen geworden. Ich meine, selbst Rezo, den ich unglaublich feiere, der macht ja für More Werbung, weil der selbst in den Produkten abgenommen hat. Und den habe ich über... So, das ist Fotos auch ein bisschen gelogen, ne? Also, das Video habe ich ja damals gesehen von Rezo. Das war schon so ein bisschen, guck mal hier, auf dem Foto extra so ein bisschen Bauch raus. Auch ein bisschen dastehen wie so ein Schluck Wasser. Traurig gucken. Haare nicht gemacht. Und dann nach 90 Tagen mit täglichem Training und ich glaube sogar privatem Fitnesstrainer, wird dann das Licht so ein bisschen anabol gemacht. Dann wird sich auch mal gerade hingestellt. Dann kommt dieser Giga-Chat-Blick und die Haare sind gemacht, ne? Also, More Nutrition hilft dir nicht nur beim Abnehmen, sondern ist gleichzeitig auch so eine Art Friseur. Ich habe die Produkte tatsächlich kennengelernt und war jetzt auch schon öfters bei ihm zu Hause. Super netter Mensch und ja, das ist eher so ein Community-Ding. Das Ganze hat einfach immer nur funktioniert, weil wir uns die coolsten Leute von überall zusammengesucht haben. Und eigentlich immer, wenn wir irgendjemanden treffen, wo wir sagen, okay, mit dem macht es Spaß zu arbeiten, das ist eine coole Person, die hat irgendwas Besonderes, versuchen wir die in unser Netzwerk reinzukriegen. Und da fällt uns auf, hier werden sehr emotionale Beziehungen geschildert. Ja, Freunde, Familie. Dabei sind es Geschäftsbeziehungen, die hier unter diesen ganzen Emotionen versteckt werden. Wenn man sagt, Influencer wie Rezo sind ja Freunde. Dass er aber irgendwie dafür entlohnt wird, liegt ja auf der Hand. Anders als ein Großteil dieses Netzwerkes. Und hier beginnt es richtig problematisch zu werden. Ihr seid übrigens wirklich meine Freunde, ne? Nur damit ihr das mal versteht. Also viele Influencer kokettieren ja mit dieser ganzen parasozialen Bindung, so Zuschauer, Streamer und so weiter, ne? Das stimmt ja alle. Das ist ja schlimm, was manche Leute machen. Und bei euch sage ich es auch nicht als Floskill, sondern weil es auch wirklich einfach so ist, ne? Also bei euch, ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier reinkommt. Ich habe selbst zum Beispiel Faxe-Fratze, wenn ich den im Chat sehe. Geht mir richtig das Herz auf. Fusion 161. Das ist für mich so eine Art, als ob ich einen Bruder wieder treffen würde. Kams 84. Ich suche mal die Namen jetzt. Also ich denke jetzt einfach mal in meinem Kopf so eine Liste durch, ne? Bertel. Bertel ist für mich einfach auch, ja, wie so ein kleiner Bruder. Wie so ein Goldfisch, den ich fütter. Für Quartamo zum Beispiel. Ihr seid einfach für mich, ihr seid halt einfach echte Freunde, Familie. Ich würde euch meinen Eltern vorstellen und euch auch an Weihnachten, an Weihnachten würde ich für euch alle einen Teller auf meinen Tisch stellen. Und würde sagen, Gott sei Dank bist du da, ich freue mich so. Hier ist es echt. Wenn andere Influencer euch das erzählen, sind das Lügner. Dann wollen die nur eure Emotionen billig abfischen und denken, die könnten euch irgendwie durch irgendeine Zuschauer-Streamer-Bindung verarschen. Lasst euch von denen gar nichts sagen. Je mehr die es abstreiten, umso mehr meinen die es so. Denn hier wird dieser Familiengedacht... Darf ich bei dir übernachten? Auf gar keinen Fall. ...anscheinend zu barm Geld umgewandelt. Denn wie SRGF und Magazin Royale herausgefunden haben wollen, arbeiten hunderte Influencer für More Nutrition gratis als Teil der Familie. Nur mit der Hoffnung darauf, irgendwann auch mal dafür entlohnt zu werden. Das ist wie, als wenn man in Deutschland SPD wählt. Die schiere... Ja, oh, der Freundschaftsbeitrag. Und was ist mit mir? Ich bin wichtig. Ich bin ein Gag. Und ich bin elementar für den Stream. Das stimmt. Wenn ich nicht hier bin, ist alles traurig und dröge. Das ist scheiße, oder? Aber du hälst deine Emotionen für mich nur zurück, damit sich die anderen nicht schlecht fühlen. Das respektiere ich. Küsschen. Hab noch Buchstaben übrig. Aber ich schenke sie dir. Danke, Sir Eftel, für den monatlichen Freundschaftsbeitrag. Das ist sehr wichtig, weil Freunde helfen Freunden. Und deshalb schicken mir echte Freunde, also meine Lieblingsfreunde, der Club von Harkons Lieblingsfreunden, jeden Monat 3,99 Euro und oder mehr. Damit unsere Freundschaft auch quasi weiterhin gegossen werden kann durch die Gießkanne des Kapitals. Die Masse ist überwältigend und da bekommt das so ein seltsames Geschmäcklein. 80% unseres Teams sind Kunden, die über Social Media zum Team geworden sind. Kleines Beispiel, Madeleine, Nadine, Laura. Das sind alles Leute, die haben mit unseren Produkten abgenommen. Madeleine zum Beispiel ist eine Mutter von, ich glaube, zwei Kindern. Die hat so 15 Kilo abgenommen und hat anderthalb Jahre lang Moor gezeigt und ihren Weg quasi gezeigt, ohne dafür was zu kriegen. Und da habe ich die irgendwann entdeckt über Story Manations. Die hat dann irgendwie 20.000 Abonnenten. Weil die euch immer... Genau, die hat mich immer markiert. Die hat sogar gesagt, hey, bestellt mit Christians Code. Also richtig, richtig cool, weil die hat ja nichts davon. Und da habe ich die irgendwann angeschrieben und gesagt, hey, Madeleine, was hältst du davon, dass du einen eigenen Code kriegst? Und dann hat sie das gemacht und war natürlich von Anfang an überproportional... Warte. Erfolgreich, weil die Leute, die ihr folgen, sind nur da, weil sie den Weg feiern und die wissen, dass sie die Produkte wirklich genutzt hat. Und das ist das, wo der Erfolg herkommt, wenn du weißt, dass es wirklich so ist. In seiner Erzählung klingt das geil, weil er den Leuten was gibt, die sowieso von sich aus aus Dankbarkeit was posten würden. Aber die andere Perspektive, die klingt dann so. Es wurde einem versprochen, dass man ein Paket bekommt, jeder am Anfang. Bei mir hat es zwei Monate gedauert, ehe das dann mal ankam. Du musst dir halt am Ende alle Produkte eigentlich erstmal selber kaufen. Das sind über 1.000 Leute in der Gruppe und es kann nicht jeder einen Rabattcode haben. 1.000 Freunde? Da sind 1.000 Freunde in einer Gruppe drin. Das ist ja großartig. Das ist ja absolut großartig. 1.000 Leute sind schon da durch diese tollen Produkte miteinander befreundet. Und wie soll dann da auch jeder einen eigenen Code kriegen, ne? Um Gottes Willen. Das sind aber keine 1.000 Freunde. Nee, ich habe kein Facebook mehr. Verständlich, dass du viel arbeiten musst, um sowas zu erreichen. Absolut verständlich. Aber ob es jetzt wirklich immer mit 5 Videos pro Woche ist, mit irgendwelchen Produkten. Man muss das nicht machen, aber es war halt da die Empfehlung, sage ich mal. Muss halt jeder selber wissen. Sie machen das natürlich freiwillig nach allem, wie ich das jetzt verstanden habe. Er stellt es selber so dar. Das ist unglaublich wichtig für den Erfolg seiner Marke gewesen. Und ich sehe das genauso. Es ist sehr smart, seinem Unternehmen ein Purpose zu geben. Da ist Christian Wolff nicht der Erste, denn das Produkt ist dadurch nicht nur das Produkt an sich wert, sondern auch die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft. Und das steigert... Naja, das ist tatsächlich Key Marketing. Du verkaufst nicht das Produkt selber. Also das machst du natürlich schon. Aber du verkaufst so die Idee der Firma. Wir retten den Planeten ist immer so ein Ding. Und du verkaufst den Leuten ein gutes Gefühl. So von wegen, das ist eine Firma, die ist anders als andere. Und bla bla bla. Klar, also du musst die eigentlich emotional komplett manipulieren im Marketing heutzutage, damit sie dann am Ende deine Bratwurst kaufen. Oder du kannst auch sagen, wer da dabei ist, der ist besonders elitär, weil davon vor den Produkten gibt es nur wenige und die sind ganz hochpreisig. So wie Rolex das zum Beispiel macht. Das kann sich dann nicht jeder leisten. Aber du verkaufst den Leuten immer noch viel mehr. Du verkaufst denen immer noch eine komplette Gefühlsmeta mit dazu. Natürlich die Kundenbindung und man schafft sich eine völlig eigene Bubble. Aber ist es wirklich nur die Freude über einen Abnehmerfolg? Oder haben wir es hier geradezu mit einer Sekte zu tun? In Böhmermanns Sendung wurde etwa ein Vergleich zu Scientology hergestellt und auch SDRGF ziehen einen ähnlichen... Steuerung F heißen übrigens. ...den auch weniger hart klingenden Vergleich. Und an der Spitze dieser großen Familie ist das Familienoberhaupt Christian Wolf, einer der Gründer von More Nutrition. Und ich finde, es lohnt sich, das mal ein bisschen genauer zu betrachten. Denn so Happy Family-mäßig, wie Wolf es darstellt, funktioniert das mit seinen Influencern dann doch nicht. Es wird verhindert, sich überhaupt anderen Firmen zuzuwenden oder andere Produkte zu bewerben. Du musst auch einen Vertrag unterschreiben, in dem drinsteht, dass du keine anderen Produkte bewerben darfst. Und dann kann man ja auch so viel gewinnen. More wirbt da... Aber das ist normal. Also das ist normal, dass man gewisse Ausschlussklauseln hat. Das ist nichts Besonderes. Also ich darf ja auch keine andere vegane Marke bewerben. Deshalb habe ich zum Beispiel kein Placement von... Was weiß ich denn? Von Koro oder sowas. Das ist ja auch eine vegane Marke, die vegane Lebensmittel verkauft. Und ich kann ja nicht... Also das ist halt... Die wollen das nicht, dass man... Auch wenn man privat wahrscheinlich bei beiden was kauft, weil beides irgendwie cool ist. Da machst du halt... Du bekommst ja Geld und dafür heißt es... Nee, keine Konkurrenzwerbung. Du machst ja nicht Werbung für Cola und für Pepsi. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Da wirst du normalerweise auch bezahlt. Ja, natürlich. Damit das jeder Teil der Familie werden kann. Ui. In derselben Familie wie Rezo. Und das kann sich am Ende auch für dich lohnen. Oh ja, stimmt. Das stimmt. Wenn man sagen kann, das muss ein gutes Produkt sein, weil Rezo macht ja Werbung dafür. Das ist glaube ich ein Punkt, wo viele dann auch gar nicht mehr drüber nachdenken. Die sehen, okay, da gibt es so ein, zwei Galleonsfiguren. Da gibt es so ein, zwei Galleonsfiguren. Und wenn die da mitmachen, dann muss das cool sein. Das ist ein komplett legitimer Punkt, den viele Leute haben. Denkst du, Instant ist ein Tega? Ja, wirklich. Naja. Und wie genau verrät Christian Wolff dann auch persönlich? Wenn du MVP werden willst, was auch immer. Das heißt, musst du fünf Videos pro Woche am besten produzieren. Immer mit den Produkten. Genau. Und ihr müsst euch halt einfach vorstellen, über 1.000 Leute probieren fünfmal die Woche irgendwelche Videos zu produzieren mit den Produkten. Ja, am Ende muss halt jeder selber wissen, ob er dafür freiwillig, sage ich mal, kostenlos so viel Werbung für die Produkte machen will. Ich meine, der Druck in der Gruppe war halt schon relativ groß. Warte, 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 warte. Nee, gut, das würde ich nicht machen. Okay, ja. Gut, das ist nicht üblich, dass wenn du, sowas nennt man einen Bata-Deal, wenn du quasi Produkte bekommst, keine Ahnung, du bekommst eine Kiste Bananen und dafür machst du Werbung für Chiquita. Das ist der Deal. So, dann fließt da ja kein Geld, sondern es wird Sachleistung getauscht. Und normalerweise gibt es da dann keine Ausschlussklauseln. Also zumindest wird die dann keiner annehmen. So hast du ja überhaupt nichts von. Wenn More Nutrition das macht, dann ist das schon ziemlich fies. Videos pro Woche? Bei einem so hohen Konkurrenzdruck? More gibt Leuten also nicht nur Produkte, sondern auch Hoffnung. Prima. Das ist nur fair, dass Wolf und More dafür gratis Werbung bekommen und trotzdem die vollständige Kontrolle über das haben, was die Influencer nach außen tragen und wie sie in Bezug zum Produkt reagieren und interagieren. In dem nämlich das, was sie sagen, nach einem streng geregelten Drehbuch erfolgt. Was einem verordnet statt, es hilft gegen oder es ist gut für, immer man könnte zu verwenden, wenn von den gesundheitlichen Vorteilen der Kapsel gesprochen wird. Bei so einem Hype und bei Influencern, die auch Kinder als Zielgruppe haben, da kann man doch nur hoffen, dass da zumindest Kinder davon verschont bleiben. Okay. Es gibt erst mal nüchtern betrachtet zu Produkten ein Briefing. Das ist je nach Firma mal ausführlicher und mal nicht. Bei Greenforce würde zum Beispiel drinstehen, jo, in der Tüte sind 100 Gramm, die kosten 4 Euro, aber man verzählt ja nicht 100 Gramm, weil man schüttet ja Wasser rein, dadurch entsteht eine andere Menge, dadurch gibt es einen anderen Kilopreis. Das wäre so ein Briefing, was man von Greenforce bekommt. Oder, keine Ahnung, bei Waterdrop würde drinstehen, sag den Leuten nicht, dass es Krebs heilt oder so, weil das tut es nicht. Aber bei More Nutrition ist man da, glaube ich, auch ein bisschen, da ist man sehr ambivalent, um die jeweiligen Punkte drumherum geschlingelt, glaube ich. Ich war auf dem Elmenwaldfestival und das habe ich dort alles als kleine Jumret unternommen und gegessen. Am Tag zuvor sind wir erst mal mit dem Zug hingefahren, wo ich mir auch erst mal meinen Mocken... Was ist das? Was ist... Wie alt ist denn die und was frisst die denn da? Holy fucking shit. Holy... Was ist das? So was hat... Das ist doch ein 5-Kilo-Eimer oder so. Okay, jetzt so bereitet habe. Was? Hat sie sich gerade ernsthaft Jim Red genannt? Wie alt ist sie, 13? Machen jetzt sogar schon minderjährige Werbung für More? Man kann ja Christian jetzt nicht vorwerfen, dass so viele Menschen scheinbar so begeistert von seinem Produkt sind, dass sie es freiwillig bewerben. Aber irgendwas muss die Menschen doch zu Hunderten dazu bringen, für den finanziellen Erfolg einer Firma solche Mühen auf sich zu nehmen und einem ein Ziel zu glauben, das über all dem steht. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen das mit der Sekte wirklich mal klären. Der Begriff Sekte, der wird ja inflationär benutzt. Erstmal ist wichtig, nicht... Lass mich kurz überlegen. Warum machen Leute trotzdem umsonst Werbung? Die müssen ja irgendein Ziel haben dahinter. So, dann könnte es natürlich sein, dass die von More vielleicht sagen, wir können bezahlte Placements nur an... von tausend Leuten in der Gruppe können wir nur an hundert abgeben. Und die hundert Plätze vergeben wir quasi immer, wie die Werbung läuft. Das wäre so ein Ding. Oder man erhofft sich natürlich so ein bisschen... ein bisschen auch so diesen Fame, der dadurch abfliegt. Weil... ähm... Leute glauben, wenn sie Werbung für die Marke machen, dann wachsen sie mit der Marke. Das wird ganz oft gemacht bei wirklich Mikro-Influencern. Dass die, ähm... Ja, die haben so 30 Follower auf Instagram oder so. Und dann kriegst du irgendwann Werbung. Hey, willst du Werbung machen für... meinen coolen Wikinger-Online-Ringe-Shop? Und dann kriegst du da irgendwie so einen Link mit 15% Rabatt, wo aber keiner draufklickt. Aber du kaufst dann Ringe aus diesem Shop, weil du denkst, ja gut, ich brauche ja irgendwas, was ich so zeigen kann. Das ist im Endeffekt, das ist es so, äh... sagt man den Leuten, dass die Influencer sind, dabei werden sie eigentlich komplett verarscht. Nicht alle Sekten sind gleich. Jede Gruppierung muss individuell eingeschätzt werden. Und das machen wir jetzt. Ursprünglich sind Sektengruppen, die sich inhaltlich vom christlichen Glauben so weit entfernt haben, dass der Kern der christlichen Lehre in Frage gestellt wird. Dabei geht es ja hier eher um Christiansglauben als um... schlechter Witz, streich den bitte. Ja, ich weiß... Gern geschehen. Allein für diesen Witz werde ich exkommuniziert. Entschuldigung. Exkommuniziert? Exkommunikardo! Ich glaube, der Parabelritter wird jetzt von der Agentur gejagt durch die Exkommunion. Scheiße. Jetzt schießt er sich wieder drei Tage lang durch Frankreich durch. Moor Nutrition hat ja keinen religiösen Kern. Ja, ist ja keine Kirche. Keine Glaubensgemeinschaft. Alex, da hast du ein bisschen daneben gelangt. Moment, Moment. Es heißt weiter. Zum anderen bezeichnet Sekte umgangssprachlich ein soziales Phänomen, bei dem meist eine in sich abgeschlossene fanatische Gemeinschaft vor Augen steht, die sich ein höheres Ziel verschrieben hat. Moor für mich Familie. Moor bedeutet für mich persönlich, vor allem Menschenleben zu verändern. Moor Nutrition hat mein Leben einfach vereinfacht. Moor bedeutet für mich, zusammenzuhalten. Moor bedeutet für mich, ein Stückchen Freiheit zurückzubekommen. Und sowas gibt es kein zweites Mal. Zumindest behaupten die Moor-Fans und der böse Wolf himself, wie er sich ironisch selber nennt, hier ja selbst, dass es um mehr geht. Sekten können also auch nicht-religiöse, sogenannte konfliktträchtige Gruppen sein. Das ist so ein bisschen wie diese, diese ganzen Multilevel-Marketing-Veranstaltungen, wo diese ganzen Business-Löwen alle hinkommen und da wird sich dann irgendwie zum Jahresende nochmal richtig die Hand geschüttelt. Von wegen, hier ist deine goldene Uhr, hier ist dein Anpin für die meistverkauften Luftreinigungssysteme und so weiter. Das hat auch immer so Sekten-Vibes, weil du willst immer, also wenn du in dieser Gemeinschaft drin bist, in dieser Hey-oh-Klatsch-Klatsch-Gemeinschaft, dann willst du ja immer irgendwie da auch mal auf dieser Treppe draufstehen. Und das erreichst du nur, indem du noch mehr Luftreinigungssysteme verkaufst. Und dann kannst du auch, dann kriegst du auch irgendwie die Hand geschüttelt von, weiß ich nicht, von Ralf Möller oder wer da auch immer noch zuständig ist. Durch die Entwicklung von exklusiven Sonderlehren wurden und werden Sekten im inhaltlichen Sinn oft auch zu Sekten im soziologischen Sinn. Sie vertreten nicht nur andere Lehren, sondern sie vertreten sich gegenüber den Gruppenmitgliedern und gegenüber der Außenwelt auf eine ganz spezifische, problematische Weise. Und in diesem Kontext verwende ich jetzt diesen Begriff in diesem Video. Soviel zur Begriffsklärung. Und ist More Nutrition jetzt eine Sekte? Also wenn sie eine wäre, fiele sie laut Hemmingers Einteilung unter die sogenannten marktorientierten Gruppen. Dürfte man denn ein Unternehmen als Sekte bezeichnen? Ja, laut einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt vom Juni 2018 Die Bezeichnung eines Unternehmens als Sekte ist Teil der freien Meinungsäußerung und muss nicht zurückgenommen werden. Der Sektenvorwurf sei zwar geeignet, das Unternehmen bei Kunden negativ zu beeinflussen, so das Gericht in dem noch nicht rechtskräftigen Urteil. Das Urteil ist übrigens rechtmäßig eine Berufung, wie es das OLG zurück. Also was meint ihr? Wollen wir vielleicht mal einen kleinen Sektencheck machen? Auf süß? Ja, kommt. Das wird lustig. Jetzt muss... Auf... Oh, jetzt kommt Werbung. Jetzt kommt Werbung. Ah, das ist immer der Punkt, an dem die Videos schlagartig an Seriosität verlieren oder gewinnen können. Warte, wir sind jetzt hier bei... bei Influencer-Sektenkult... Fitness. Hatte der irgendwas mit Fitness gehabt? VPN? Nee, VPN ist nicht naheliegend. Fitness, 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 Fitness. Podcast, irgendein Cashback, Fitness, Matratzensport, Versicherung, Manscape. Er müsste eigentlich jetzt... Sein Festival kennzeichnet er, glaube ich, nicht so als Werbung. Aber in letzter Zeit machen, glaube ich, alle... Ich glaube, alle machen Emma-Werbung in letzter Zeit. Das scheint sehr lukrativ zu sein. Ich muss mal bei all dem sagen. Man kann sich da leicht in etwas verwickeln lassen oder selbst hineinsteigern. Bei Sekten ist das oft so, dass man ganz in einer Weltanschauung sich verlieren kann. Und woran man sich auch super einwickeln kann, ist die 12 Kilo schwere Decke von Emma. Alles um dich herum beginnst du in genau diesem Zusammenhang wahrzunehmen. Und wenn man in Online-Communities ist, dann ist das auch viel mehr als nur eine direkte Gefahr, dort drin zu landen. Es verfolgt dich ja bis in deine Privatsphäre. Und nistet sich... Und in der Privatsphäre ist es dann besonders gut, viel zu schlafen und festzuschlafen. Schleichend bei dir ein. Aber nicht nur das langsame Abgleiten in problematische Communities kann... Sondern auch das Abgleiten in den Schlaf. und wirklich gefährlich für dich werden. Überall, wo du dich im Netz aufhältst, hinterlässt du deine digitalen Fußspuren. Ja, kein Ding wirst du sagen. Was wollen die schon mit meinen Daten? Mir blöde Sachen andrehen? Im besten Fall, wenn du Pech hast, kommt es zu Sicherheitslücken und deine Daten landen... Sicherheitslücken. So wie dieser Bereich, wenn man mit zwei Decken schläft und dein Partner, deine Partnerin die zweite Decke auch noch stiehlt und du kurz davor bist, nachts zu frieren. Zack, auf dem Schwarzmarkt. Und dann eben bei Menschen, denen du diese Daten nicht freiwillig geben würdest. Das kann bis zu Identitätsdiebstahl führen und dich am Ende komplett ruinieren. Was man auch stehlen kann, sind Decken. Seine Daten, woanders landen, geht schneller als in einer Sekte zu versumpfen. Beispiel. Wie glaubst du, dass innerhalb kürzester Zeit auf deiner neuen E-Mail-Adresse Spam landet? Durch den Emma-Datenleak. Das ist es. Die Kundendaten von Emma sind nämlich geleakt worden und demzufolge kann es passieren, dass ihr beim Kauf einer Emma-Matratze unter anderem auch Mails bekommt, die ihr nicht bekommen wollt. Wie wir euch da helfen können als WBS, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt hier meinen QR-Code noch einscannt. Woher haben sie diese Adresse und was machen sie mit deinen Daten? Das ist einfach. Die können von überall zusammengetragen, gesammelt und dann immer wieder weiterverkauft werden. Das ist mittlerweile eine Industrie der sogenannten Data Brokers. Und wer weiß, wem die als nächstes sensible Daten von dir verkaufen? Der Witz daran ist, man könnte das verhindern, indem man einfach diesen Brokern schreibt und sagt, lösche meine Daten. Ah ja, okay, gut. Und das, ja, 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 ja. Wem man auch schreiben könnte und sagt, schickt mir eine Matratze. Ach komm, ich lasse euch das kurz mal an. Ich brauche ein neues Getränk. Wer mit sensiblen Daten handelt, muss sie löschen, wenn du sie darum bittest. Ist ja eigentlich ganz easy. Gratis Advice von mir. There you go. Ach, du weißt nicht wie und wem. Naja, und du musst halt regelmäßig hunderten von Brokern schreiben. Regelmäßig deshalb, weil die ihre Datensätze ja auch ständig erneuern. Kannst du gerne mal selber versuchen. Und wenn du dann herausgefunden hast, dass das alleine so gut wie unmöglich ist, dann lass dir einfach von Incogni helfen. Die übernehmen das für dich. Du connectest dich mit Incogni, gibst ihnen die Erlaubnis, das für dich zu übernehmen und lässt sie für dich die Broker suchen, die deine Daten haben. Incogni übernimmt dann für dich automatisch die Löschung deiner Daten und das regelmäßig. So einfach kann das sein. Und auf einem Dashboard siehst du dann ganz genau, was sie für dich gemacht haben und wie weit sie damit schon gekommen sind, deine Daten von den Brokern zu entfernen. Mach Incogni zu deinem persönlichen Data Privacy Manager, der sich konstant darum kümmert, dass deine Daten nicht missbräuchlich benutzt werden. Das Invest, das du hier tätigst, ist auf jeden Fall gering im Vergleich zu dem Schaden, den dir potenzieller Datenmissbrauch oder Identitätsdiebstahl verursachen kann. Im schlimmsten Fall. Also, falls Incogni das auch für dich übernehmen soll, findest du unten den Link zu Incogni. Die ersten 100 von euch erhalten 60% Rabatt mit dem Code Parabelritter. Versucht einfach gar nicht, erst in diesem Sumpf zu versinken. Lasst euch gleich von Incogni helfen. Apropos Sumpf. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sehr uns der gute Christian dazu einlädt, in seiner Gemeinschaft zu versinken. Herzlich willkommen im großen More Nutrition Sektencheck. Uiuiuiuiuiui, jetzt wird's aber spannend. Wir finden Sekten und Kulte doch alle sehr faszinierend, oder? Ich hab mal ein paar Merkmale zusammengetragen, die erfüllt sein müssen, dass man sozialwissenschaftlich von einer Sekte sprechen kann. Sekten werden oft von einer einzigen charismatischen Führungsperson geleitet, deren Wort als ultimative Wahrheit und Gesetz gilt. Diese Führer beanspruchen dann häufig eine besondere gottgleiche Stellung oder besondere Einsichten. Und More Nutrition hat, wie vorhin erwähnt, eine ganz andere Zielgruppe als die Schwestermarke ESN, die sich eher so an Gym Bros richtet. Sie ist auch eine Lifestyle-Marke. Und Wolf betont immer wieder, wie wichtig ihm so ein ganzheitlich gesunder Ansatz für das Leben seiner Kunden ist. Und er gibt den Lifestyle vor, wie man ihn am besten... War jetzt schon Werbung für Emma, ja, oder? ...zu führen hat. Am besten so, wie er selbst. Ob das gesund ist, beispielsweise, wenn er Gewinnspiele dafür ausschreibt, wer den größten Weight Loss hat. Nun, die Antwort seht ihr in meinem Eugenia Cooney-Video auf meinem Zweitkanal. Nach seiner Kontroverse hat er sich ja zurückgezogen. Kurz nach der öffentlichen Debatte, die auf dem Böhmermann-Beitrag folgte, meldete er sich aber zurück. Und in seinen Storys lässt er es so aussehen, als würden sich die Leute enorm darüber freuen, dass er zurück ist, obwohl das bei TikTok etwas anders aussieht. Wenn wir uns jetzt das hier ansehen, kriegen wir einen kleinen Eindruck. Wer von euch unter euch hat das Thema More-Protein-Fasten weiter durchgezogen, auch ohne mich? Weil ich kann es vollkommen verstehen, dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt weg war von Social Media, wenn jemand gesagt hat, hey, mir fehlt irgendwie die Motivation. More-Protein-Fasten, das wurde von Christian Wolff initialisiert. Er möchte wissen, wer in dieser düsteren Zeit, ohne ein Zeichen, Gott, äh, die Präsenz von ihm, der Lehre weiterhin gefolgt ist. Dem Programm meine ich. By the way, ist ihm so... Ich weiß nicht mal, ob man mit Proteinen fasten kann. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Ich meine, es erklärt mir auch mittlerweile, warum ich auch jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, eigentlich mich körperlich gar nicht verändert habe. Aber, äh, I don't get it, wirklich keine Ahnung. Und wenn ich mir das auch immer so anhöre, will ich es auch gar nicht wissen. So wichtig, auf Proteine hinzuweisen, dass er sogar die Flutkatastrophe im Ahrtal dafür benutzt hat, um auf das Thema kommen zu können. Den 17. Juli in Deutschland, und das ist einfach arschkalt, wie ihr am bewirkten Himmel sehen könnt, ähm, die Klima- oder die Extremklimaereignisse nehmen komplett zu. Eine Minute, 37 Sekunden später. Deswegen ist es immer so schlimm, wenn Medien teilweise sagen, äh, ja, man sei sich ja noch nicht einig oder so. Blödsinn. Das gilt halt für jeden Bereich, genauso beim Thema Ernährung. Ich meine, es ist so absurd, dass wir heutzutage wirklich überhaupt noch eine Frage stellen oder teilweise die Leute das nicht mal, also, wir reden noch nicht mal von Nichtwissen, sondern leugnen, dass wir als Gesellschaft alle im Durchschnitt mehr Protein essen sollten. Wow, okay. Also, ich meine, das ist schon dreckig, das ist schon super dreckig, aber es ist auch nicht so weit entfernt von diesen ganzen anderen Überleitungen immer. Die sonst, also, ich meine, der Anlass ist natürlich furchtbar und komplett respektlos, das so zu machen, aber es ist eigentlich die klassische Überleitung, so von wegen, ja, und im Ahrtal, da sind ja auch ganze, ganze Dörfer und Wälder vernichtet worden, wer die Wälder aber schützen möchte, zum Beispiel, ist der Videopartner von heute, Holzkern, die bauen aus sowas noch eine richtig schöne Uhr. Am Ende des Tages ist es ähnlich. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich. Seine eigene Unfehlbarkeit wird deutlich, wenn er über Böhmermanns Kritik spricht. Er unterstellt Böhmermann, der habe das Thema einfach nicht verstanden. Wirklich schreibt er in der Story, Jan Böhmermann, ich mache ihm keinen Vorwurf, würde er das Thema inhaltlich verstehen, würde er die Ironie wahrscheinlich erkennen. Gar nicht auch mal, nur Proteinnahrung würde uns als Menschheit retten. Ich meine, bei More Protein war so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich mache die nicht, war, weil die halt, die haben vegane Produkte, aber das ist halt, die haben eigentlich der Großteil von denen ist irgendwelcher Milchshit oder sowas. Und da waren die für mich raus. Das ist auch ein gutes Standbild, was ich gerade habe. Aber ich glaube, geil wäre doch, wenn wir den Planeten retten wollen, wenn wir das ohne tierische Produkte machen. Vielleicht schaffen wir das ja. Das wäre cool, auch wenn es da bloß eine Möglichkeit gäbe, sich da vegan, vegan zu ernähren. Und trotzdem Proteine. Das muss ja unglaublich viel Geld kosten, sowas. Wie nennen wir das denn? Erbsen oder so? Kennt keiner. Ist so wahrscheinlich nur in Asien bekannt. Schön gönnerhaft für jemanden, der nicht zu verstehen scheint, dass Jan nur der Präsentator für ein Produkt ist, das von einer vierköpfigen Redaktion erstellt wird. Und natürlich wirft er ihnen vor, die Berichterstattung sei undifferenziert gewesen. Jan Böbermann ist natürlich eine Satiresendung. Das heißt, er muss Dinge finden, über die er sich lustig machen kann. Und das kann man auch. Und das war auch tatsächlich lustig. Es gibt aber natürlich inhaltliche Dinge, die euch nicht gezeigt wurden. Welche Informationen lagen auch dem ZDF vor, haben sie aber jetzt zum Beispiel in der Sendung nicht gezeigt. Und auch, dass da Inhalte weggelassen worden wären. Welche das konkret waren, hat wohl nicht so richtig in seine Storys gepasst. Indem Christian aber keine Belege aufweist, kann man als unbeteiligte dritte Person diese Wahrheit, wie er selbst in seiner Story schreibt, nicht ergründen. Apropos... Die NSU war komplett funny. Ja, da haben wir Tränen gelacht bei den beiden. Zwei Sondersendungen dazu, die es gegeben hat. Da haben wir hier, haben wir uns gekringelt vor Lachen. Übrigens, was mir noch eingefallen ist, was in so einem Briefing drin steht, bei VagDoc im Briefing steht exklusiv nicht drin, da ich habe eben nochmal nachgeguckt, bei VagDoc steht nicht drin, dass es nicht für Menschen zum Verzehr geeignet ist. Habe ich eben nochmal nachgeguckt, die reden zwar immer wieder irgendwas von wegen Hundenahrung und so, aber da steht jetzt nicht drin, bitte nicht an Menschen verfüttern. Von daher lassen wir uns doch gar nichts sagen. Ihr bestellt euch jetzt so eine köstliche, so eine 100 Kilo Salami oder sowas und brezelt euch die komplett gottlos auf ein bisschen Backpapier rein. Und mit Backpapier meine ich Blätterteig. Wahrheit. Der Anspruch, die Wahrheit zu kennen, die andere nicht kennen würden und das zu behaupten, ohne diese Wahrheit mit Belegen oder Beweis zu stellen, ja, ist auch so ein Ding. Und dabei sind offensichtlich schon mal Behauptungen getroffen worden, die nicht gestimmt haben. Die Firma Quality First wurde anscheinend bereits wegen irreführender Werbung abgemahnt. Aber Leute, die Wahrheit, wo findet man die in unserer atheistischen Zeit? Der Beruf... Ja, Google. Google, Telegram, vk.ru, unabhängige russische Staatsmedien und die Bibel. Also ich finde, wenn ich Antworten suche, finde ich sie meistens in der Heiligen Schrift. Ruft man sich doch nicht auf Gott als Autorität? Nein, sondern auf die... der Wissenschaft. Das war jetzt natürlich Ironie, aber dass sich Wolf auf die Wissenschaft beruft, ist ja quasi seine Helden-Origin-Story. Mein Name ist Christian Wolf, ich bin 25 Jahre alt und ich beschäftige mich seit mehreren Jahren damit, wie man den eigenen Körper mit der Hilfe des Wissens von wissenschaftlichen Analysen von Studien gesünder und leistungsfähiger machen kann. Und wenn alles so felsenfest, eineindeutig beweisbar wäre, dass das, was sie tun, das Beste ist, was sie tun können, dann wäre das prima. Aber er vermittelt, es gäbe generell nur eine richtige Antwort auf alle Fragen. Wissenschaft ist aber durch Dissens geprägt und am Ende eines Prozesses stehen dann neue Erkenntnisse in einem Konsens, im besten Fall. Das Thema haben wir jetzt bei Sucralose. Man bewirft sich jetzt gegenseitig mit Erkenntnissen und Studien und anderen Studien und es ist nach wie vor in diesem Punkt ein Dissens und noch keine eineindeutige Lösung in allen fraglichen Punkten. Aber die Wahrheit ist jetzt ja nicht Mainstream-tauglich zum Beispiel. Also, was viele Leute nicht wissen, ist ja die deutsche Raumfahrt von 1932 bis 1945. Und da muss ich jetzt mal sagen, Silenzium und die Ohren gespitzt, meine Herren. Ja, da muss man auch mal da muss man auch mal den Kopf für etwas anderes verwenden als als Hutständer. Moment, Moment. Wer, wer hat Warsteiner bestellt? Wer hat Warsteiner bestellt? Jedenfalls die deutsche Raumfahrt von 1932 bis 1945 Interstellar. Interstellar. Morgens Frühstücken in Paris, Mittagessen auf dem Mars, gar kein Problem. Gar kein Problem. Wer hat denn hier Tee bestellt? Wird es aber dargestellt. Und da fliegen dann so gut klingende Buzzwords wie wissenschaftliche Hacks durch die Gegend. Welche das sind? Keine Ahnung. Das führt dann nicht aus. Wissenschaft, also Wahrheit, ist sein Totschlag-Argument. Wie sieht das denn beispielsweise aus? In dieser Story geht es beispielsweise darum, die Sonne ist kalt, muss man wissen, dass man seinen Kleinstkindern unbedenklich Chunky-Flavor verabreichen kann. Da habe ich ja tatsächlich öfters schon gesagt, dass ich meinen Kindern definitiv Chunky-Flavor geben werde, statt irgendwelchen Süßspeisen, Fruchtzwerge und sonst was. Okay. Mittlerweile geht sogar die Bundesregierung so weit, dass sie sagt, hey, wir brauchen eine nationale Reduktionsstrategie, weil die kindliche Ernährung zu viel Zucker und Fett hat und wir müssen das reduzieren, damit wir gesunde Kinder haben. Und ich kann davon ein Liedchen singen, weil ich war halt genauso ein übernötiges Kannst du dämlicher Vollkopf vielleicht deinen Kindern einfach ein paar Karotten geben? Stell dir aber vor, ja, also ich als Hersteller der Snickers-Fabrik habe übrigens eine Studie, in der drin steht, dass Kinder mehr gesunde Nüsse essen sollen. Und was ist da naheliegender, als meinen Kindern täglich 30 Snickers in die Hand zu drücken? Da ist nämlich nur das Beste aus der ganzen Erdnuss drin. Schon die alten Ägypter haben gesagt, ein Bier am Tag, das lobe ich mir. Und deshalb kriegen meine Kinder von mir das gute Krombacher Alkohol frei. Ja, da sind viele gute Elektrolyte drin. Da freut sich der Kinderkörper. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder mal dasselbe Schicksal erleiden. Deswegen wird es bei mir definitiv eher Chunky-Flaver mit Quark und Obst geben als Fruchtzwerge. Ja, wenn das die beiden Optionen sind, dann schon. Aber dass die Entscheidung nicht Fruchtzwerge oder Quark plus Chunky, sondern Fruchtzwerge oder nur Quark lauten sollte, das wird dabei komplett aus der Rechnung rausgenommen. Und dann kommt... Quark ist nicht... Nein, Alex, du bist noch nicht auf unserer Seite, aber Quark ist es auch nicht. Außer mit V geschrieben, weil es vegan ist. Farg. Oder wie auch immer wir es dann nennen. Obst. Obst, gemieß, sowas. Kommt ja auch noch mit einer wissenschaftlichen Studie daher. Und das Ganze ist nicht nur irgendwie so eine Hypothese, die man aufstellen kann, sondern es ist wissenschaftlich nachweislich auch sicher und gesund. Die europäische Lebensmittelsicherheit, die EFSA, so die höchste Autorität in Europa überhaupt, was Lebensmittelsicherheit angeht, gibt auch Sucralose sogar für Kleinkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren frei. In der Studie geht es um besondere medizinische Fälle, also ganz und gar nicht um ab und zu mal einen Fruchtzwerg. Und dieses, egal was ich erzähle, wenn ich noch irgendeine Studie in den Ring werfe, dann kann man mir nichts. Was möglicherweise auch dazu führt, dass in seiner Community Leute auf dieselbe Art und Weise agieren. Papi, Papi, ich hab, ich hab so Hunger. Dann nimm doch hier so ein Chunky-Flavor-Double-XXL-Karamell-Marshmallow-Super-Smarty-Grind. Mein Papa, mein Arzt hat gesagt, ich brauche Vitamine-Party. Nein, was du brauchst, ist ein... Ich weiß nicht, die Kinder alle, alle so eine Beef-Cakes, aber komplett unterernährt oder komplett Mangel ernährt, dass die Knochen nur so am Knacken sind, weil sie so noch niemals irgendwie einen Apfel gegessen haben. Da wird einem dann mal eingeredet, dass es viel sinnvoller ist, Kapseln vom Moor zu sich zu nehmen als echte Nahrung. Garniert mit so einem Rauen, dass diese Wirkstoffe ja möglicherweise Krebs besiegen können sollen. Es ist entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral, antimikotisch und hat sogar antioxidative Eigenschaften. Antiviral? Was ist denn das? MMS oder was? Antiviral? Ich habe früher auch in der Corona-Zeit, ich habe keine Maske mehr getragen, relativ am Anfang schon, ich habe gesagt, so diese Merkel-Windel, die knall ich mir nicht ins Gesicht, ich habe einfach, jetzt mal bevor ich rausgegangen bin, habe ich drei Ave Maria gesummt und habe mir dann hier so eine Moorbombe reingezogen, weil die sind einfach auch antiviral, da brauche ich ja nicht mehr die Atemluft zu nehmen. Es kann sogar, und so wird auch gerade noch dran geforscht, die Zellteilung der Krebszellen hemmen und sie somit zum Zelltod führen. Die Community brieft sich untereinander, wie man die Anforderungen an... Antiviral zum Beispiel Harkons Content. Lass mir von jemandem nicht sagen, der hier non-sub ist. Abonnier und sag mir das nochmal ins Gesicht, du mieser Kleiner, die Community-Mitglieder erfüllen kann. Antiviral oder wie ich es nenne, der Harkons Channel, es reicht! Wann war ich jemals gemeint zu euch? Frechheit, ihr blöden Wichser, ey. Kapsel schlucken ist, dass du deinen Kopf einfach gerade lässt. Nicht zurücklegen, gerade lassen. Und ich zeig's euch. 17 Kapseln der Hardcore-Test. Da war ein Schnitt. Wait. Wir kommen da hin. Wiedergabe Geschwindigkeit. So. Beim Trinken. Achtet auf die Flüssigkeit beim Trinken. Da war er. Da war er. So neben, glaube ich, auch einige Leute, die hier im Chat den Stream war, weil die alle komplett auf Heizungsrohren sind. Und gut schluck. Gut schluck und da. Da war er. Unübersehbar, wenn man nicht seine eigene Schwester gerade geheiratet hat. Und wenn man zur In-Group der Influencer, ich meine, zur Familie und Freunden gehören will, dann muss man sich ordentlich ins Zeug legen und sich komplett dedikaten. Wenn du MVP werden willst, was auch immer das heißt, musst du fünf Videos pro Woche am besten produzieren. Leute, es gibt nur noch more. Ein Tag ohne more führt zum Zusammenbruch. Und dann stellt man more Nutrition als etwas da, was gegen... Wie können die Leute mit guten Gewissen morgens in den Spiegel schauen? Und hier kommt ihre Antwort. Mann, 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 Mann. So. ... gegen Ernährungsprobleme helfen kann. Dass es aber eben auch Ernährungsprobleme fördern könnte, das behauptet beispielsweise diese Dame hier. Lena entwickelt eine Essstörung, wiegt irgendwann nur noch 47 Kilo, hat keine Periode mehr. Allein diese kleinen Ausschnitte gerade würden fünf von zwölf Punkten der sozialwissenschaftlichen Sektenmerkmale abdecken. Warte, wo kommt denn jetzt dieses Elitenbewusstsein durch, Alex? Übertreib jetzt mal nicht. Naja, hier beispielsweise. Und das ist kein Einzelfall. Auch hier schreibt er nochmals von normalen Leuten, von denen man sich abgrenzt. Und auch hier steht das Wort Normalos. Wir und die, das ist wie bei Verschwörungserzählungen übrigens. Das ist da auch immer die Basis. Und dass die im krassen Gegensatz zur Wissenschaft stehen, muss ich euch ja jetzt nicht erzählen. Äh, apropos. Schaut unbedingt auf meinem Kanal Eisberg vorbei. Da geht meine Reihe über Verschwörungserzählungen ja fröhlich weiter jede Woche. Mal als kleiner... Sternik hatte das raus? Ja, klar. Na, das ist ich hier. Programmhinweis für nachher. Treffen einige oder viele dieser zwölf Punkte zu, spricht man umgangssprachlich von einer Sekte. Liest man übrigens bei der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Und die kennen sich damit aus, sind ja selber eine. Zumindest... Aha! Ha! 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 Oh, oh! Gott schreibt... Fünf köstliche Kohle von Absolute Lust. Ich lasse mich nicht zu einem Sub zwingen. Ja, doch. Und jetzt abonnieren. Dankeschön für fünf Euro. Nicht zutreffen. Innere Überwachungs- oder Spitzelsysteme, geheimdienstähnliche Methoden beispielsweise. Starre Geschlossenheit nach außen hin, ja. Ungewöhnliche Gruppenkoalition, keine engen Beziehungen, vor allen Dingen keine Liebesbeziehungen zu Nicht-Gruppenmitgliedern. Finanzielle, berufliche und familiäre Abhängigkeit der Anhänger. Junge, Alex, bei aller Liebe, aber weiß auf weiß. Im 2023, das ist aber auch wirklich ein Layout, das kannst du dir komplett in die Haare schmieren. Von der Gruppe beziehungsweise der Führung. Oder eben so Sachen wie emotionale Ausbeutung und Missbrauch, den man ja mit Sekten auch immer so ein bisschen verbindet. Und einige dieser Punkte entwickeln sich sicher auch in anderen Online-Communities. Aber der schwere Grad der Probleme ist da auch echt unterschiedlich, weswegen ich immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Sekte wäre. Hier geht es aber um das Verkaufen von Produkten, nicht etwa um den Fan-Konferen. Heil Satan. Dankeschön für fünf anonym verschenkte Subs. Es ist keine Schande, das anonym zu tun. Einfach nur in den Betreff bitte freiwillige zusätzliche Leistungen reinschreiben. ...Kult um ein Anime oder sowas. Und das macht es unangenehm. Und deshalb müssen wir ganz besonders genau auf diese Strukturen blicken. Und deswegen ist ein Punkt, der wirklich problematisch ist, sein Umgang mit Kritik. Bitte nicht. Oh. Na, seriös. Dankeschön. Christian Wolf. Ey, ich weiß, warum der mir die ganze Zeit... Bitte nicht. Harmoni, ich danke dir für deinen Gifted Sub. Klar, deshalb ist der mir von Anfang an so unsympathisch wegen Christian Wolf. Wegen dem... Ne, Wolf hieß der, unser ehemaliger Bundespräsident. Das Arschloch, ey. Dem hätte ich auch... Dem hätte ich auch direkt mal auf den Bentley spucken können. Da einmal mit der Gartenkralle in Gold an dem Bentley langlaufen. Oh. Es gibt verschiedene Arten, mit Kritik umzugehen. Gegen einen Böhmermann kann man nichts tun. Da ist diese erzwungene Nonchalance eigentlich die wirksamste Methode, die er gewählt hat. Er greift nicht an, sagt nicht mal, dass es falsch ist, sondern nur, dass es eben zu Missverständnissen kommt. Gute Krisenkommunikation. Kleine Auseinandersetzungen kann man mit vermeintlichen oder tatsächlichen Beweisen und der Community begegnen. Wir machen übrigens, wenn das Subgoal voll ist, habe ich mir vorgenommen, überhaupt gar nichts. Zwei köstliche Kohle von Absolute Lost. Nein. Nein. Dankeschön. Dieser Zug hat nur knapp zwei Haarverspätung. Pass auf, ich verspreche euch eins. Dankeschön, Faxe für die 100 Bits. Ich verspreche euch eins. Wenn wir das Subgoal erreicht haben, sind ja nicht mehr viele Subs, dann wird das, wird nichts gemacht, außer, dass wir das Subgoal wieder erhöhen. Und zwar auf 14,22 oder sowas. Das kann ich euch versprechen. Das ist so mein Versprechen. Wenn ihr das Subgoal erreicht, dann wird es erhöht. Dafür gebe ich euch auch mein Ehrenwort. Aber was macht man mit wirklichen Problemen, die aber kleine Gegner verursachen? Ich hatte euch am Anfang den Beitrag von Madwatch präsentiert. Und die sagen, sie können die drei Aussagen, weswegen sie von Wolf abgemahnt werden sollten, durchaus begründen. Und warum sollten sie sich... Ich schwöre, dass du das Abo wirklich erhöhen wirst. Ich schwöre. Ich gebe euch mein Ehrenwort, dass ich das Subgoal, sobald wir es erreicht haben, einfach wieder erhöhen werde. Mein Ehrenwort. Sie dann löschen, wenn sie sie doch begründen können. Also... Es ist 13 Uhr 12. Nimm mal einen Suppe, die Suppe. Suppe, die Suppe. Dankeschön, Spiewy, für 13 Monate. Belege für ihre Darstellung liefern können. Das hatte jedenfalls eine juristische Reaktion zur Folge. Es geht um drei Passagen aus diesem Text, die wir löschen sollen. Und das möchten wir nicht, weil wir gut begründen können, warum wir das so formuliert haben. Trotzdem ist die Sache jetzt vor Gericht, was natürlich schon mal passieren kann, wenn man sich mit großen Firmen anlegt. Ist das ein Einzelfall gewesen? Wohl kaum. Auch das Video Dreier-Influencer auf YouTube, die im September ein einstündiges Video mit dem Titel Die Akte Wolf die ganze Wahrheit veröffentlichten, hatten dieses Video, das mittlerweile auf YouTube nicht mehr aufzufinden ist. Wenn wir 100 Kanalmitglieder erreichen, wird täglich 9 Uhr ein Video auf Harkon hochgeladen. Na! Aber... Da werden die Leute auch komplett ausrasten, wenn das mal so weit ist. Jetzt auf Privat gestellt wurde, produziert und das ist die Grundlage für Unterlassungsklagen und Abmahnungen gewesen. Anscheinend haben sie im Video mehrere Punkte gegen Christian Wolf angeführt und befinden sich seit Ende Oktober auch in einem Rechtsstreit. Er habe eine einstweilige Verfügung beantragt, welche das Video sperren soll. Werden die Gegenspieler hier mit sogenannten Slap-Klagen versehen? Was mich aber echt entsetzt ist, dass es sogar Drohungen gegeben haben soll. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass es auch Drohanrufe gab und das kann ich auch bestätigen. Es ist aber leider so, dass man wirklich mundtot gemacht wird. Richtig verwerflich wird es, sobald das Wohlergehen von Personen involviert wird. Flying Uwe hat sich über Instagram-Posts und ein Video zu dem Thema Christian zu Wort gemeldet. Er erwähnt zwar in keinem der jeweiligen Beiträge seinen Namen, aber es ist ziemlich offensichtlich, über wen er hier redet. Als Mitbewerber und Unternehmer in der Branche wirft Uwe Christian vor, die Athleten seiner Firma teilweise zu erpressen und zu manipulieren, um sie für die Firma More Nutrition abzuwerben. Gleichzeitig wird Athleten und Influencern verboten, die Marke Smilodox zu tragen oder zu bewerben und es werden sogar Influencer, die bereits mit anderen Firmen verpartnert sind, gezwungen, ihre Partnerschaften abzubrechen. Dafür wird laut Flying Uwe von ihnen verlangt, den Vertrag zu brechen, da sie sonst von More Nutrition fallen gelassen werden. Er nennt Kevin Wolter als Beispiel, der scheinbar noch zusätzlich gezwungen wurde, andere Supplement-Firmen in der Öffentlichkeit schlecht zu reden und am Ende von More Nutrition bezüglich seiner Gerichtskosten im Stich gelassen wurde, was in seiner Insolvenz endete. Also vor allem Kevin Wolter, das ist jetzt wirklich, auch im wahrsten Sinne des Wortes, kein Leichtgewicht. Der Typ hat schon eine krasse, stabile Reichweite und so. Das ist kein kleiner Influencer. Kann man jetzt nicht behaupten. Abgesehen davon kann er wahrscheinlich deinen Kopf mit seinem kleinen Finger zerquetschen. Dressung, Drohanrufe, also das wäre echt harter Tobak. Aber angeblich wird's noch härter. Einer der härtesten Vorwürfe von Flying Uwe bezieht sich auf den Fall Luca Negri. Der 16-jährige Junge hatte scheinbar auf Social Media kritische Beiträge zu More Nutrition gepostet und wurde daraufhin von Christian Wolf über eine größere Summe abgemahnt und öffentlich extrem von ihm unter Druck gesetzt. Wer hat dafür gesorgt, dass der 16-Jährige keine 30, 35.000 Euro Anwaltskosten zahlen muss? Wer hat denn dafür gesorgt? Ja richtig, das war ich. Zusätzlich hat Christian Wolf sich danach... Heftig. Wenn bekannt ist, wie Toxic die Marke ist, partnert doch niemand mehr. Nö, aber darum geht's ja nicht. Du willst die ja nicht nachhaltig aufbauen, die Marke, sondern höchstwahrscheinlich willst du die so krass aufblasen, wie nur möglich. Und wenn der Umsatz am Rekordpunkt ist, dann sagst du, wisst ihr was, ich verkaufe meine Firmenanteile. Jetzt, wo die Firma gut dasteht, lässt sich quasi ausbezahlen, machst dein Exit-Scam und gehst raus. Und danach bricht diese ganze Pyramide zusammen, weil alles rauskommt und der Firmenwert komplett absackt. Das wäre eine Möglichkeit, was du da machen könntest. Nach noch bei Luca gemeldet und ihm gedroht, dass er sich nicht in der Öffentlichkeit bei Uwe bedanken soll. Aber Drohung und Erpressung, wenn es um Christian Wolf geht, scheinen kein Einzelfall zu sein, sondern eher ein Muster. Das macht doch alles keinen Sinn bei einer so erfolgreichen Unternehmung. Das macht doch viel mehr kaputt, als wenn man sich mal für irgendwas entschuldigen muss, oder? Aber, ganz wichtig, dafür, dass Christian Wolf damit direkt in Verbindung steht, gibt es keine Beweise, Leute. So, wir haben jetzt eine ganze Menge gesammelt. Kommen wir mal zu meinem Fazit. Wir haben uns heute mal ein wenig im Geflecht von Moor Nutrition verfangen. Und ich frage mich, wie das so sein muss, wenn man jetzt, es gibt ja ganz, ganz viele, die so Werbung für Moor und so weiter gemacht haben. Wenn die jetzt auch so so eine Reaction-Andies sind wie ich und die müssen sich jetzt seit mehreren Wochen das nächste Exposed-Video nacheinander angucken, sitzen die dann alle da. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Lüge, Böhmermann. Und herausgefunden, was eigentlich hinter dem extremen Erfolg steckt. Und wir haben ein Framing passiert hier. Framing gegen meine Lieblingsmarke. Die haben sich gar nicht richtig damit auseinandergesetzt. Wir haben ein kleines Spiel gespielt und uns die Frage gestellt, was genau wissen wir eigentlich über dieses Thema, über das wir uns hier seit Wochen unterhalten? Eigentlich ziemlich wenig. Und das, obwohl das alles eigentlich öffentlich zu beobachten ist. Ich finde es verdammt wichtig, dass man, wenn man versucht, einen Fall zu bewerten, genau zu erkennen versucht, womit man es hier zu tun hat. Es gibt diverse Beiträge dort draußen, die sich mit konkreten Aussagen beschäftigen, die Werbeversprechen oder Produkte kritisieren. Aber ich denke, dass das Produkt gar nicht die größte Rolle spielt. Das Produkt ist nur das Vehikel, über das eine Beeinflussung abläuft. Christian Wolf sagt selbst, dass so viele Leute zeigen, wie sie die Produkte in ihrem Alltag verwenden, hat zum Erfolg geführt. Und ein Teil der Motivation ist die Gruppenmentalität, die er um diese Produkte herum geschaffen und kultiviert hat. Ich habe mich in meiner Recherche ganz besonders auf Christian Wolfs eigene Aussagen und die Kommentarsektion gestützt. Ich maße mir an dieser Stelle nicht an, irgendein Fazit zu Produkten zu treffen. Da bin ich genau wie Christian Wolf, kein studierter Fachmann. Und ich denke, dass ein Großteil der Menschen Das ist auch, es gibt auch dieses Frank-Thelen-Video, wie er die ganze Zeit sagt, wovon er keine Ahnung hat. Ein bisschen Christian Wolf hat das auch. Fugen, Silikonfugen, wo sie sind auf der Welt, ne, gar nicht mein Ding, geht mich gar nichts an. Interessieren mich gar nicht. die diese Produkte konsumieren, gar nicht mit dem täglichen Input von Christian Wolf in Kontakt kommen. Und jetzt interessiert mich außerordentlich, welche Meinung habt ihr generell zu More Nutrition und den Vorwürfen? Ja toll. Konsumiert ihr selbst die Produkte und wenn ja, wie seid ihr darauf gestoßen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, bewertet gerne das Video, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Absolute, absolute Top-G-Banger-Marke More Nutrition. Wenn auch ihr bei More Nutrition sparen wollt, dann benutzt einfach den Code Harkon15 für 15% Rabatt und lasst euch nicht von den ganzen Lügen von der Staats- und Medienpresse und so weiter verarschen. Und ihr auf YouTube, ne, wenn ihr euch auch nicht länger verarschen lassen wollt, dann kommt gefaced auf Twitch, denn hier darf man noch die Wahrheit sagen, ne. Ja, macht's gut, YouTube, auch mal wieder schön, ein gutes Video, hat mir sehr gut gefallen, fand ich unterhaltsam und interessant, bitte mehr davon. Und daher, tschüss YouTube, macht's gut und wenn ihr nicht auf Twitch kommt, dann werde ich euch umwerfen wie ein Straßenkünstler-Piano und dann noch Geld aus eurem Hut stehlen. Bis dann. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es dann, dass ich im Atem meine Pfotnein. um das tifo, es dann geht. Jacob, bis dann, wir machen,